Meine Stimme für Vernunft, das heißt zunächst wahrzunehmen, dass Vernunft und Empathie keine Gegensätze sind. Ich bin seit Monaten vielen Menschen begegnet, die zu den fast drei Millionen Menschen gehören, die sich für Geflüchtete engagieren, die viele wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Diese wertvollen Erfahrungen in politisches Handeln umzusetzen, von Menschen, die Empathie gezeigt haben. Darum geht es nach meiner Auffassung. Und das heißt auch ein klares Nein zu Obergrenzen, denn Obergrenzen sind inhuman und unvernünftig. Deshalb mein Plädoyer für mehr Empathie, meine Stimme für Vernunft.